Ach, da ist sie. Oh. Okay, wie auch immer sie das geschafft hat. Oh, eine Notiz. Schmuggler-Notiz, ja. Hm? Oh, sie hat eine Taschenlampe. Wunderbar. Ha, Zeugs zu finden. Sehr gut. Was haben wir noch hier? Oh, shit, ich muss raus. Warte da. Eine Sackgasse. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Ach, jetzt muss ich da hoch. Ähm, b-b-b-b. Nicht von da, sondern da lang. Jetzt mal versuchen, da hochzukommen. Warte. Warte. Ach so. Das könnte auch für Ellie sein. Weiß nicht. Oh, Kamerasteuerung und alles. Wenn man sowas hat, ist nicht ganz so gut. Wo ist sie denn? Da. Steig drauf. Wirklich? Ellie. Okay, okay. Steig auf. Was macht sie? Sie springt drauf. Vorsichtig. Halt dich, halt dich. 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 So, mir lässt sich der Leiter runter. Okay. Wunderbar. Puh. Okay, nicht mehr raus hier. Es ist doch nur so einfach, wäre einfach hier rauszukommen, ne? Oh. Da ist auch schon der Ausgang. Hey, also, ähm, wegen Tess, ich weiß nicht mal was... Sag dir mal, wie's abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Alles klar? Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist deine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Okay, jetzt sind wir wieder selbst dran. Was? Nichts. Ich hab... Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Hm, zwei Wege. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marley? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Ah, sehr gut. Ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Oh, hey Kleiner. Hm, ein Hase. Cool. Ich schaue mich gerade noch mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch ein paar nützliche Sachen, die wir mal gebrauchen könnten. Wobei ich jetzt nichts mehr finde. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da hoch. Scheint wohl der Stadtrand zu sein. Hm, zu. Ich hätte jetzt eigentlich eher vermutet, dass es offen ist und wir da eine kleine Rast machen oder sowas. Aber anscheinend nicht. Ah, ein Brett. Okay. Heißt wohl, dass ich entweder mit dem Brett hier hoch muss. Ah, scheint die einzige Option zu sein sogar. Das war hier drüben noch. Okay. Okay. Auch kein direkter Reihenweg. Ähm, ja. Nehme ich das Brett, tue es da an die Haus... Also an die Hauswand, genau. Und dann versuchen wir mal da hoch zu kommen. Wobei... Mein Brett ist doch nur da für Lücken. Okay. Okay. Für welche Lücken. Wo ist Ellie im Übrigen? Hat sie schon einen Weg reinge... Ah, hinter mir. Okay, nee. Hier ist komplett alles zu. Wir müssen da rein. Ah, ich verstehe. Coole Waffe. Hat sich einer sogar schon Gedanken gemacht. Verbessere eine beliebige Nahrkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Erfordert blablabla. Okay, jetzt heißt wir können jetzt diese Waffe auch selbst herstellen. Geil. Ähm. Achso, das Brett habe ich jetzt da drüben. Ich hätte jetzt hier an dieses Haus machen müssen. Shit. Gut, dann... Nochmal runter. So, jetzt nach oben. Und dann rüber. Na also... Achso, jetzt sind wir es wieder. Shit, ich dachte, ich laufe dann drüber. Okay. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn das immer? Hä? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann... Okay, komm. Hm-hmm. Ah. Sei vorsichtig. Nicht, dass du fällst. Ah, schon sehr, sehr ruhig, die Stadt. Hm. Da ist zu. Da kannst du auch reingehen. Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das nicht... Warte eine Sekunde. Okay. Eine Pillen-Notiz. Okay. 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 Ja, scheinst wieder rauszugehen. Hier durch. Oh mein Gott! Ah, stand ein Klicke halt wieder genau hier drin, ne? Und der hab ich vorhin übersehen. Cool. Drecksvieh. Ah, war geil. Direkt mit einem Schlag hab ich den ausgenockt. Die Waffe gefällt mir, ja? Definitiv. Oh, fuck. Okay. Ich vermute mir, ich muss da hoch, ja. Nee. Das ist zu. Ähm. In dem Haus war ich gerade. Da komm ich nicht rüber. Hier auch nicht. So, gerade noch mal die Waffe ein bisschen gebaut. Oh Gott, verdammt. Okay. Ah, da ist noch ne Tür. Jetzt erst gesehen. Ein komplettes Messer wird benötigt. Äh, toll. Eben aus dem Material, äh, Material hätte ich eins bauen können. Schade. Mir ist jetzt schon interessiert, was da drin ist. Wahrscheinlich ein paar Sachen, die wir hätten plündern können. Naja, gut. Oh Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht infrage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Ah, da zurecht. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf. Sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Okay. Mal sehen. Okay. Tada. Gut gemacht. Danke. Nein, ich hätte ein komplett frisches Rohr. Ich glaube, das hätte ich lieber behalten. So, ach, ist jetzt egal. Egal, egal, egal. Ähm, hm. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Machen wir, meint er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Er lebt weit weg von dir. Sehr gut Materialien. Dann brauchen wir das Auto. Hey, da. Zwerge. Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Fand sie immer so richtig niedlich. Aber Fäen nicht. Die machen mir Angst. Ah, verstehe. Ah, verstehe. Das ist die Überlegung. Wo könnte Tommy sein? Irgendwo beim Rauch war was. Ist der Rauch da hinten? Ich sehe es leider etwas schwierig jetzt. Ich vermute aber ja, weil hier drüben gibt es spontan nichts mehr zu finden. Da geht's hoch, da geht's auch noch mal rein. Wow, ich sehe mal da. Okay, jetzt gehe ich nochmal raus und gehe dann die Treppe hoch. Sehr gut. Ah, schade. Tür kann man nicht aufmachen. Der gleiche Ausweg wie da vorne. Auch noch mehr Zeugs. Auch noch mehr Zeugs. Das ist wirklich sehr, sehr tot hier. Da ist auch alles zu. Da ist ein Weg. Ich gehe jetzt nochmal so in Laden. Wow, sieh dir das an.